hey leute und herzlich willkommen zu einem neuen adventskalender video hier auf meinem kanal hier ist wieder euer stürmi und heute gibt es das zwölfte türchen des bier adventskalenders ja wir haben die hälfte geschafft wir mal gespannt was wir heute drin haben also mein bestes bier ist ja schon weg leider ich bin mal gespannt was noch so kommt so hier ist türchen zwölf wir schauen hinein und wir haben dominikaner pilz premium bier fein herb 4,8 prozent halber leder ist ja wieder klar halber leder da bin ich mal gespannt wie es schmeckt ich habe noch keinen dominikaner getrunken vielleicht hat ja mal einer von euch getrunken keine ahnung ich öffne es mal so ja ich glaube riechen tut fast jedes bier wie nach bier ja schmeckt gar nicht so schlecht kann man trinken das ist ganz okay ja morgen haben wir den 13. und dann noch am freitag ja ich sehe den 13 schon also das 13 natürlichen falls ihr es auch seht ist super ja dann schaut mal noch bei stürmen op vorbei da habe ich den matche text adventskalender ich denke mal da weiß schon jeder bescheid fast hier vom auf meinem kanal da würde ich mal sagen bis morgen zum 13 in türchen und und auf wiedersehen